Ja hallo und willkommen zu Let's Play Tales of Graces F Wie immer neue Abonnenten habe ich bekommen, ich lese ein paar vor Also der Sheev LP, dann der Dark LP Cookie, dann Golden Cobra 97, Hunting 01, I-Twice LP, dann der Landry 0011 Dann Lord Gummifull, Michi Guali, Mr. Freak Let's Play, Multi Superaffe, Raiko Pulvermacher, danke Raiko Ruka LP, Voice of the Kings, habe ich Ihnen schon vorgelegt, egal, lese es alle vor, dann habe ich sie durch Äh, Tony Wagner, dann der Train Trax Virginia Spota Vorgi 53408, dann der Wiener 1210 WWE Fan 2499 Dann der X-Huntern, oder H-Tarn, dann der X-Luca 70, dann der, boah, X-Y-Niki-Y-X, dann der Yudazo-Kido-96 und dann der Sivo-Soccer Danke an die Leute, die mir jetzt alle abonniert haben Oh, jetzt habt ihr mal die Liste auch durchs, zum ersten Mal, diesen LP, hab ich die Liste durchs Und, wir gehen weiter Aber, ich muss noch ein bisschen reden hier Ich hab Titel, ich hab gelevelt und, wow, oh mein Gott, ey, jetzt seht ihr hier Wow, der Nau ist verrückt, ja, das ist er Ähm, ich hab sehr viele Titel gemeistert Ähm, sind über 50 Titel gemeistert Ich hab auch dann diesen schönen Erfolg bekommen Bisschen wir diesen Titel Meisterlicher König Äh, es heißen so viele gemeisterte Titel Dein Blick für Details ist unvergesserlich Und vergleichlich Ja Habe ich auch was Schönes bekommen Nimm jetzt am Ende den Angriff Plus Äh, Level hoch Fürs Angriff Plus 1 Ist super Wie ich finde Ähm, ja, und, äh, ich werde jetzt den Plasma-Schock trainieren Ich hab noch Adept, ne Ich hab, glaube ich, bei diesen Beates, also das sind solche Beates, sag ich mal Äh, äh, den Dämonen sahen noch gemeistert Aber sonst muss ich alle noch bis 800 bis 900 Nutzung machen Wird sehr lustig Und, äh, ich hab solche, ähm, komischen Beates bekommen Die ich nur trainieren kann, wenn ich, ähm, eine A-Artist mache Von Stellenwert 2 Das heißt, zum Beispiel ist erklärs mal Ähm, ich mach hier eine A-Artist, ne, ne, Druck X, ne, Schnellheap Ist 1SK Dann bei Flinkerheap, äh, flinker Zahn, ne Wenn es die da mache, muss dann sofort einmal X gedrückt halten Und dann macht er halt diesen, äh, wie hast du nochmal? Dämonen-Faust Ist ein bisschen tricky, ne Eistragentanz gibt's auch, ne Kost, ähm, ist bei 3SK, ne Also halt einmal so eine A-Artist weitermachen Dann hat man diese, praktisch Und man auch dann A gedrückt halten, ne Ähm, ist ungewohnt für mich damit zu kämpfen, ne Und ich versuch's einfach mal Vom Level her sind wir Level 30 Ganz nett Aber ich brauche auch nicht leveln, finde ich Also Nützt mir nix so Ich finde ich Du ist die, ähm, wie heißt das hier Durch die Titel gewinnt man viel mehr an Statuswerten als durchs Level So, das war die Dämonen-Faust Oh, ne Möhre bekommen Ah, ich glaube, ich muss aber bei den, ähm, bei den 3SK diesen Flügelschlag machen Oder was? Muss mal kurz gucken Schon dafür Was ich jetzt mache Ähm, ein Wolfwindzahn, genau Das war der Hm, wie geht er nochmal? Nach links Okay Ähm, wir kamen von da Wir gehen Papa Da lang Keine Ahnung Ah Okay Hm Ich glaube, wenn wir jetzt nach oben gehen Dann nach links Und das unten dann aktivieren Dann Geht's glaube ich nach unten oder oben, ne? Hyperdichter Kristall Äh, das sind diese Kristalle Wo man sie mit Waffen kombiniert, ne? Und dann halt bessere Waffen bekommt So, ähm, denke ich, jetzt können wir da auch weitergehen Ähm, ja So, ähm, denke ich, jetzt können wir da auch weitergehen Boah, super, es passt sogar Perfekt Na, aber cool schon Einfach schön, das Game Okay, na, können wir noch oben gehen Na, komm So, aufladen Unser Team ist auch stark geworden Ganz schön Und, ähm, ich sag mal eins Ich spiele hier gerade auf Chaos, ne? Also, Option Ja, Chaos Also, die so schnell zu besiegen Muss ich schon sagen Ich hab Respekt vor mir Dass ich so viel trainiert habe Ähm Oh Irgendjahr Blumenfußkette Königlis gewand Edelsteiner Also schon Sophie ein Aber Pascal braucht noch einen Ähm Hm Guck mal den Nimm mal Sophie, du kannst ja Den hier bekommen Hm Witcher gibt es nix so Weil Ich bin ich Oh, schön Ach, schön aber Ach, herrlich Wieder ein Titel gemeistert Immer wieder schön Ähm Da lang I don't know Oh, super Buch der Wartung Das Saubuch Stellt bei Kampfabschluss Ohne Kochen bis zu 5 Oh Ho 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 Geil Das brauchen wir eigentlich nicht so Deswegen nehme ich das Buch hier drin Ähm Nimm mal Nimm mal das hier dann Hm Auch so viel Nimm mal Carbonara Angriff wird erhöht dann Ist ganz nett Ähm, ja Mal sehen, ob es klappt Wäre cool Okay Auch wieder Truhe Ja Tunica Mhm Ja Ja Geil Das sind diese Spezialattacken Bis jetzt hat nur Richard eine Die kann man nur aktivieren, wenn man in diesem Modus ist Ja, das ist der Plasma-Schock Der sehr OP ist, ne Ah, cool Bam, bam, bam Schön Das ist schon Pesca Ähm Geben einfach da lang Okay Okay Hm Äh, von wo kamen wir? Ich glaube, von da oben Alles am Spiel Schön Ich glaube, nach oben hingehen, ne? Oder? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, wenn wir nach links gehen, war es nicht so, dass es jetzt hier Ende ist langsam Ich glaube, ich glaube, ich glaube, wenn wir den anderen Weg können wir auch noch gehen, aber dann ist da so eine Truhe und ich will es euch gerade nicht so antun, bin ganz ehrlich, können wir ein anderes Mal hingehen oder ich gehe offline mal dahin Ja Ja Ah, Freiheit Schön Looks like we cleared wall bridge Now we can continue to grail side Oh, you're going to grail side? You've been a great help, Pascal Thank you Wait, hang on I want to go to grail side, too You don't have some sneaky reason for following us around, do you? Hehehe, maybe Are you serious? It's because I want to get closer to Selfie Huh? Yeah, I want to touch her and study her and learn about her and, uh, touch her No offense, but I'm not interested in the rest of you Ooh So can I come, please, Asbel, please, um, whoever you are Richard Richard, got it Hey, Sophie, who do you like best? Me? Asbel or the other guy? Asbel Ha, 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 ha Ha, ha, ha Oh, come on I want you to like me, too Cool 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 Um ist hier lang okay wir haben befehlen prinz von windau bei sich kontakt festzunehmen was immer er getan hat er muss etwas schwerwiegendes sein wenn man uns auf ihn aufsetzt ok speichern hallo mein lieber händler dafür also habe jetzt mal wieder meine ausrüstung angriff plus drei wird schon so gut sein nimm mal lebensscherbe wird auch gut sein nimm irgendwas aber gerade nicht so viel bock irgendwie das bestmögliche auszusuchen ein apfel